In Freiburg gegen Nürnberg habe ich das 3-2 gemacht. Fernando Torres, ich habe seine Haare geliebt. Geile blonde lange Haare mit Haarband, perfekt. Liebe, Hoffnung. Coach Carter, das ist ein geiler Film über Basketballspieler und man kann viel lernen aus diesem Film. Ich verkaufe meinen Körper vom Bierkönig. Einfach das schönste Lied. Scampi, Espinacci im Papiano esse ich glaube ich 3-4 mal im Monat und ja, geiles Essen. Sehr gute Frage, schwierige Frage. Ich denke, ich hätte irgendwas mit Tieren gemacht. Ich bin ein großer Tierfan. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.